Da ist dein Ziel. Sie können sich gesehen, wie jemand den Wirtschaft jetzt tanzt hat. Was soll das sein? Das weißt du nicht. Sie lässt die Leute tanzen, indem sie Elektroden an den Genitalien anbringen. Hab ich erst gestern gesehen. Nicht wirklich, oder? Schön. Glaub mir halt nicht. Was? Angriff! Sucht euch da ein schönes Plätzchen.